Ganz besonderes, sportliches, unzüchterisch hochaktuelles Pedigree Valentina Figuera. So heißt dieses Stutfohlen, Fuchsfohlen, kommt hier herein vom 15. Mai her. Vom Vapensiero aus der Elite-Stute Armgard. Und nicht wundern, wer die kennt, die Stute, die hieß im Sport Donner Figuera. Bis Grand Prix erfolgreich, international, diese Donner Schwee Figaro Kronprinz. Das ist ein Fohlen aus Embryo-Transfer. Und was für eine Tochter dieser Grand Prix-Stute, die ja auch noch Halbschwester zu San Amour ist. Denn die Großmutter Areola von Figaro hier ist die Mutter von San Amour 1 und 2. Also, topaktuelles Pedigree hier, dieses Oldenburger Fohlens. Tim Philipp Reher aus Samens ist der Züchter. 15. Mai, das Geburtsdatum. Grand Prix-Mutter. Ja, da passt alles. Vapensiero, Donner Schwee Figaro Kronprinz. Dankeschön. Die 36 fällt leider aus. Number 36 is scratched. Wir kommen zur 37. Wir kommen zur 37. Wir kommen zur 37.